ja leute ich war hier nicht alleine gewesen in den garten wir haben gedacht ich mein freund dass wir hier eintritt bezahlen müssen aber doch nicht wir können uns frei bewegen ist sehr groß auf alle fälle alles schaffen wir heute nicht mehr weil wir noch was anderes vorhaben und ja schon bei euch hat erst etwas gefallen da mal was anderes mal gewesen war und da kann man schiss vielleicht schlau machen um das thema pflanzen und seine geschichten wenn ihr sagt will sowas gerne Marcel auf dem kanal von thomas aber mal reinschreiben in meinen kommentaren werde ich öfter solche ausflüge machen mit meinem partner wir haben sowieso noch sehr viel vor was ich euch gerne zeigen möchte war weiß noch ein schloss und hier heute mit dem garten genau hinten ist mein freund oder wo nun herum ist halb so klein ja genau genau meine lieben jetzt gehen wir wieder zum bus gibt es noch mal ein paar aufnahmen und das sage ich mal bis später ein besuch der freilichen das kleine schauhaus wird wie ein urwald im taschenformat der botanische garten gehört wie der forst botanische garten im tarant mit der sektion forstwirtschaft zu den bildungsstücken der technischen universität ließen die thema dresden ist eine der älteste deutschlands die man hier dann heute alle wissenschaftsinstellen ausgebildet von stadt und die teilweise unzerstöne garten von striesen prächtige jugendsteelen und mehrstöckige mittenshäuser aus der gründer zeiten mit historismus gebäude geben einen eindruck von der architektonische vielfalt und dem reichtum der stadt vor allem von den ersten welt aber es gibt auch genügend beispiele für den genossen stadt 15 quadratkilometer fläche wurden dem erdboden gleichgemacht die zahl der offiziell registrierten todesopfer beläuft sich auf 25.000 nicht eingerechnet sind die opfer unter millionen umsiedeln und flüchtlingen aus dem osten die sich zu der zeit in der stadt aufwirken dort wurde aus weltgrundwasser und trinkwasser aufbereitet der namen stand aus der russischen bezeichnung und kiescherlub kam zu deutsch schnappsbote für ein einfaches wurzhaus in der nähe die drei helft schlösser links neben uns und mit des 19 jahrhunderts gebaut die beiden ersten schlösser ließ prinz albrecht von preuze errichten der hohenzoller oder von casabin den ersten hatte sich unstandesgemäß verheiratet und musste deshalb den preußischen holen verlassen das erste schloss links aus dem schloss albrechtswerk im stil des spielklassizismus entstand nach dem vorbild der römischen bild auf halber berglage sehen sie eine säulenhalle halb rund um ein wasser weg kopiert die kostbare innen verschnallung des schlosses wie weit hinterhalten unter anderem das türkische band und der kronen sein nach dem krieg stand das schloss der kinder organisation der ddr zur verfügung das schoss in der mitte gegen nach stockhausen ist prinz albrecht für seinen kamerherr in stockhausen errichten der letzte besitzer war der fabrikant august lindern ja abonniere abonniere auch abonniere die Musik Musik 1945, vollständig zerstört, wurde mit 1960er und 70er Jahren ein breiter Fußgänger-Boulevard gebaut mit Hotels, Restaurants und Geschäften. In den letzten Jahren bekam die Borderstraße ihre heutige Fassung. Auf der Straße meiner Kindheit, auf der Straße mit den schönsten Schaufenstern, ich stand in einer Ziegelsteppe, in gar nichts. Musik Deshalb war der Stolz der Dresdner auf die neue Fußgängerzone mit ihren Springbrüllen, wenigen Geschäften, die in Brettenhäusern und im Wohnkino durchaus berechtigt. Doch der Charme einer großstelligen Maistrale ist für mich verloren. Vor uns sehen Sie das Denkmal des Dichters Theodor Körner, der in den Befreiungskriegen gegen Napoleon schon mit 22 Jahren sein Leben verlor. Der Sohn, der angesehen in Dresdner Familie Körner, besuchte die Kreuzschule. Die Schule hatte bis 1945 hier ihren Platz. Musik In Dresdner Osten, hier kreuzen sich mehrere Straßenbahnlinien. Die Kronachstrahlung und gesunden Lebensführung. Mit kleiner Tief von mir ist die einzige Frau der Welt, wie man uns schauen kann. Musik Ja Leute, da ist jetzt VW. Hier wird VW gebaut. Wir sind in Dresdner, wir machen letztes Mal was Neues. Das Wetter ist jetzt gerade aktuell nicht nur das Beste von den Besten. Hier ist nochmal vorne VW. Musik 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 Musik